Oh, schön gemacht. Ähm, ich find's klasse. Kalista macht ein Heidenspaß. Oh, der Fläscher war echt gut, ey. Und er versucht, er versucht noch weiter zu traden, aber es geht nicht mehr. Es geht, wenn der Bogen überspannt ist, ist er überspannt. Und hier ist er definitiv überspannt. Und, äh... Guckt euch das an. Ohne meine Geister hätte ich ihn jetzt nicht bekommen, diesen Kill. Geist reicht aus. Dieser Geist, this Ghost, so OP. Ghosts of... Of Doom. Uuuuuh. So, Spooky. So, das ist die Spooky-Attack von Timo, die ich meinte. Ihr habt's gesehen. Spooky, Spooky ist in der Haus. Spooky, Spooky. Spooky, Spooky, Spooky. Untertitelung des ZDF, 2020